Das ist unser Care Table. Wir von Infotestik sagen bewusst, wir sprechen auch Menschen jenseits der 100 an, also von 4 bis 99 plus. Der Care Table ist ein Tisch, um Menschen im Alter, wenn sie demenzkrank sind, wenn die Erinnerungen nachlässt, noch ein schönes Leben zu ermöglichen. Dafür gibt es zum Beispiel Übungen. Ich zeige mal hier beispielshaft das Verfolgen einer Linie. Ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel. Ich muss hier mit dem Finger den Stern entlang gehen. Das heißt, ich muss mir immer Gedanken machen, wo setze ich an, dass ich das in einer Linie durchgezogen kriege. Und hier merke ich jetzt, käme ich nicht weiter. Und das heißt, hier wird sowohl die geistige Fähigkeit als auch die motorische Fähigkeit gefördert. Es gibt andere Aktivierungsmomente, wo man Erinnerungen weckt, um ins Gespräch zu kommen. Das heißt, wir begeben uns hier auf Zeitreisen, können über Persönlichkeiten, Zeitgeschichten, die Kindheit sprechen, um Gesprächsanlass mit einer pflegenden Person zu geben. Und es gibt auch ganz einfache Spiele, wo man dann mit den Enkeln spielen kann, mit anderen Senioren spielen kann, um ein bisschen Spannung da reinzubringen. Der Tisch lässt sich kippen. Das heißt, wir können ihn in einen normalen Tisch umwandeln, tiefer fahren. Der Rollstuhl passt hervorragend runter, sodass es wirklich ein tolles Gerät ist für Menschen in ihrem Lebenserbst. Wenn euch das Video gefallen hat, werden euch rechts zwei weitere Videos vorgeschlagen. Oder ihr könnt links unseren Kanal abonnieren. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr vorbeikommt und alles einmal live anschaut.